Frauen vs Männer Beim Anfassen Jo Bratkus, was geht ab? Ich wünsche euch viel Spaß beim Video, macht mal eine Schwelle Lasst ein Like und ein Abo auf dem Video da Ich hoffe wir knacken die 40.000 heute Gib ihn! Jebo, 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 te Jebo, 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 te Mach! So siehts bei den Frauen aus Scheiße meine Liescher! Was denn? Sind deine Tenten auch so ungleich? Also meine Linke zeigt nach Nürn, ist sie im Ost? Wo denn? Zeig mal! Siehst du das? Scheiße, der zeigt nach Nord-Ost! Oh, das war geil! Oh mein Gott, weißt du was noch ein Problem bei mir ist? Scheiße, mein! Mein dicker Arsch! Guck mal! Scheiße, der ist auf jeden Fall irgendwie eklig! Die Ecke auch! Zeig mal, guck mal meiner! Guck mal meiner! Guck mal, wie siehst du? Ist doch der? Mann, hast du gesehen, dass die Linke wie in dem Nestgebot aussieht die linke Seite? Ja! Oh Mann, ich liebe deine Tenten! Das ist deine auch! Naja, bei den Männern eher so! Scheiße, Memo! Ja, Bruder! Scheiße, ist dein linkes Ei auch ein bisschen härter als dein rechtes? Bruder, komm mal klar, Mann! Nein, Mann, ich mach mir vorhin Sorgen! Das könnte irgendwas gefährlich sein! Hey, zeig mal deine Eier! Komm mal klar, Junge, Mann! Und scheiße, ja, Dicke, mein linkes Ei ist härter, das rechte, Dicke, ja! Oh Mann, scheiße, da bist du ruhig, Mann! Und dein rechtes? Mach klar, Junge! Meine Fresse, Alter! Seid mal dein Arsch, Mann! Mach klar, Junge! Die legendären Outtakes gewinnen! Hä? Jürgen, du warst ganz heftig sein, naja! So gut schuldig! Na, holen wir auf jeden Fall! Ja, Mann! Alles gemacht! Ah, Junge, man ist behindert! Was? Du warst halb so, du siehst... Schöne Auge! Du bist also... Was sagst du? Ja, Dicke war gut! Stark! Alles, du holst mir dein Leben aus! Ich war ganz glücklich! Geh los, geh los! Du siehst mit deinem Rechten aus! Komm mal Kleidung, Mann! Doch, Krasche, ich geh, Digger! So, einfach! Du bist leichter, vielleicht, Digger! Komm mal Kleidung, ey! Das war ein Heftsticker! Vielleicht schon! Tschüss, Reimsutz! Papi Schlauch Crew sind los! Ich muss nichts kacken, ey! Du musst auch mal so kacken! Diese Beine sind größer als Couch! Nein, Bruder, von dir! 3, 2, 1, go! Jetzt mal eine Lüche! Ist deine linke Brust auch nach Südwest ausgerichtet? Südwest! Ist gut? Sieht aus, oder was? Deine Titten auch ungeist? Ja! Lass mal anpassen! Lass chill mal! Ich kann das nicht! Ich kenn die so falsch, Digger! Woanders ist das falsch! Ich stich Behinderte! Direkt in die Anstalt mit mir! Durchsteh mal an! Ich führst dich! Behinderte! Los, machen wir jetzt! Kass! Guck der Edge! Deine Titten! Deine Titten! Deine Augen! Ja, zeig mal! Gehst doch einfach! Na, Homo-Basis, oder? Wo wir so hässlich sind! Okay! 3, 2, 1! Hast du jetzt verstanden? Ouh! Mach jetzt was! Pfff! Ouh! Das war geil! Bann zähl Digger! Oho! Oho! Ich hab noch gar nichts gegessen eigentlich! Fisch besser! Ah! Mein Ongel! Digger, gerade 200! 2, 1! Oho! Der schick wirklich! Ich hab meine Haare geschlägt! Schessi, guck mal meine an! Zeig mal! Der richtige Fall für die Klapse. Ich steh auf Jungs. Schessi, Mama! Er hat jetzt erflüstert wieder. Digger, Mama, bist du dumm? Drei, zwei, eins, los! Schessi, Mama! Wer war's, Bruder? Ja, Mama! Du musst schlecht schreien. Du bist nervös. Wie heißt Luftdruck? pH-Wert. Wie heißt das, wenn man Fahrrad aufpumpt? Wie willst du von meinen Eiern? Was für ein Fahrrad aufpumpen, Junge? Was denkst du eigentlich? Wie heißt das pH-Wert? Junge, wenn man... Luftdruck, Luftdruck, Luftdruck aufpumpen. Sag doch kurz! Mann, Junge, keine Ahnung. Was willst du von mir? Denk ich am Fahrradladen oder so. Schessi, Mama, und dein rechtes Eier? Frag mal klar, Junge! Du hast meine Hand gebraucht, mein ganzer Kiefer, Digger. Wo gibts denn die Backpfeife? Hier, du gehst nach hinten. Scheiße, guck mal genau rein! Ah! Was hast du denn getan, Alter? Komm mit mir kurz, guck mal! Ah! Ich steh auf, Jungs! Pfff! Na, hol mal auf jeden Fall. Je aber ja, ich boo ja, ich boi 'te. Jebo ja, boi, ich boi, ich boi, ich boi'te. Ma. Bis zum nächsten Mal.